Jo Leute, herzlich willkommen zum dritten Part von Shiro 2 mit Fabi. Tag! Und wir werden heute im SE 2 am Anfang da mal so ein paar Mops hauen. Und das war halt so ziemlich, ja ich sag mal irgendwie random. Ich war ja nicht da und Fabi hat einfach mal angefangen. Und ziemlich erfolglos. Oh, und jetzt hab ich nicht aufgepasst. Oder besser. Ja also, der Schlaumi, ne? Für SD2 sind wir noch nicht so die geeigneten, aber wird schon. Und ja, wenigstens haben wir unser Aura jetzt auch auf D, damit es ein bisschen schneller farmen und so geht. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob man am 54 auch gut in Iceland oder sowas farmt oder wo man ganz gut farmen kann. Dann noch zusätzlich die groben Stellen, komm mal mit. Ja, die groben Stellen wissen wir auch so, aber halt so nochmal auf Shiro extra, falls ihr das wisst. Achtung und, komm her und go. So, ich hau eben nochmal schnell alles rein. Ich nehm die Kugeln ganz gerne mit, kleine Giftel, weil ich damit ab und zu mal ein paar Bosse haue. Die Skopie habe ich gar nicht. Skopie und Nadel, was ich gerade nicht. Ich geb dir mal die Mondi. Ja, so geht's mir mal so Mondi-Trodenöffnungs-Event machen oder so. Ja, ich hab schon mal Bocken. Ja, ich hab im Moment aber kalt gar keine mehr. Ist egal. Komm, lass uns mal bitte zu den großen Spinnen. Lass dich, äh, Cut. Moment. Mal. Bis gleich. So, jetzt sind wir auch bei den großen Spinnen angekommen. So, warum hab ich ne Dreck zu wenig schlaues Kind. Heute, heute nehm ich mal meine Traps auf. Hoffentlich, dass die Qualität mindestens genauso gut ist. Durch die, durch den Kugel hab, hab ich mir jetzt noch den Asch gerettet. Und mein Level ist hier richtig nice. Welches Level bist du jetzt, sagst? 15. Mit wie viel Prozent? Mit 25. Ich hab, tu aber nebenbei hier auch noch Farmen, konnte ich extra schon so. Ich bin nicht hundertprozentig bei der Sache. Ich muss ja hundertprozentig bei der Sache sein. Das war ziemlich, ziemlich dumm und ich komme jetzt mal hinten ins Eck rein. Nee. Das vergessen. Kannst mir ja wenigstens helfen. Ich wollte auf mein Dreck warten und dann noch auf mein Aura. Ja, wir müssen, 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 wir müssen mal kurz mal kurz. Und zwar kurz, gerade, weil wir gehen gerade ziemlich dauernd, wir gehen, wir leben ganz kurz. So, sorry, jetzt für den Cut, das war echt ein bisschen blöd. Ah, und muss da leider sein. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht so viel cutten müssen. Oh, fuck, da ist jetzt Aslak. Aslak, du Aslak. Wir grüßen dich nicht. Komm mal, lass mal anderen Raum. Oh, ich hab was versehen, wenn sie aus den Heulen gehauen. Ja gut, ich geh schon mal in den Nebenraum. Hab eh noch keinen Aura an? Bei einem Leveln kommt dann mal wieder einer. Ey, ich hasse das. Alles schon Bubs? Äh, ja. Kannst du hier überhaupt, Dika? Ich bin nicht in Dika, Dingen gewesen. Darf man überhaupt hier, Dika machen? Ich schätze schon. Sorry, dass ich mich gerade auch beschäftigt gestellt habe. Ich hab's von verkackt. Hey, ich bin 23 mit meinem Farmer. Oh, man. Und im SD2 finde ich ehrlich gesagt die Nacht sogar schöner. Allerdings nur im SD. Ein Spinnenlangen halt für die, die nicht wissen, was SD hier ist. Gibt ja wohl mal ein bisschen so Ausfälle. Und ich hab eine Sache, die ich jetzt noch... holen musste. Und zwar meine ich kann. Wow. Ich hab jetzt gleich Level ab, deswegen kommen ja. Sehr gut. Und ihr merkt schon, dass wir irgendwie... auf den Park nicht ganz so vorbereitet, wie wir wollen. Und, oh mein Gott, wir hätten ja Taus holen können. Ha! So ein, oder doch? Oh fuck, bin ich kaki. Ja, wir werden... kurz cutten und holen uns Taus. Also bis gleich. So, jetzt haben wir auch die Taus mitgenommen. Hoffen wir, dass es jetzt ein bisschen besser geht. Moment, schaut's auch viel, viel besser aus. Lässt sich auch ein bisschen was ziehen. Und ja, die... es war jetzt dumm von uns, dass wir jetzt keine Taus am Anfang hatten. Achtung, 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 Achtung. Achtung, 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 Achtung. Ja, da hast du recht. Davor war ich... Hey, wo ist mein Karten? Da, da. Sind's da? Wo ist doch deinen auch draußen? Ja, da ist er. Komm, lass uns wollen wir mal respawnen. Wir können sie mal versuchen. Ja, dann lass uns mal hierher, lass uns hierher. Das ist mal in den anderen Raum. Oh, der ist aber auch schon... Nur einen Tapferkeit zum Haar, keine zwei. Ja, unsere Barfall ist Barfall aus LPs. Ich level die Nebenball. Achtung. Achtung, Achtung. Jetzt. Pack mal, pack mal. Vor allem, weil du erstens Level ab und ich dritte Kugel abgehen. Ich hol mal auch noch ein bisschen mehr. Respawn, glaube ich, wenn wir erst laufen. Komm, ja, schreibst du in die Kommentare, ob wir Aftel Respawn ziehen. Obwohl, ja, zu zweit. Ja, ich hab sie nicht geklemmt, aber schauen wir mal, ob ich... Ja, nice Kugel. Äh, Tom X-P-Ding wäre jetzt dann doch noch ganz nice. Ja, ich hätte vorhin welche kaufen sollen. Ja, wir können uns theoretisch... Woher bekommt man den Ding von... Äh, Geisterwald, oder? Komm mal mit, ich weiß nicht, woher... Lass uns mal Ding. Respawn. Roterwald bekommt man. Ja, denke ich schon. Aber Roterwald, zieht man halt noch nicht, ne? Na ja, um DMG ja vielleicht schon, aber du... Hm, je! Ja, wohl, 90 Kameetings kann schon ein bisschen kritisch werden. Nein, da haben wir dann noch Stunden. Oh, fuck, sag ich jetzt bloß nicht, dass du mit seiner schon leveln. Bist du Respawn? Ja, ich bin... vor dir. Aber das ist ja nicht die Respawn. Noch eine nach links. Oh, fuck! Fick dich doch! Äh, CH-Wächs, wir sind keine Bombs. So, wir sehen uns gleich wieder.